Sie alle kennen Kevin Kühnert und Sie kennen ihn vor allem dafür, dass er ständig Menschen etwas wegnehmen will. Enteignen, Wohnungen wegnehmen. Deswegen haben wir uns mal angeschaut, wie viel bekommt Kevin Kühnert eigentlich und sind auf eine unglaubliche Zahl gestoßen. Wir verraten Sie Ihnen in diesem Video und eines kann ich Ihnen jetzt schon sagen, es ist über eine Million Euro. Oh ja, wirklich. Klingt unglaublich, ist aber so. Teilen Sie dieses Video mit all den Menschen, die Sie kennen und lieben. Schauen Sie es sich vor allem bis zum Ende an und abonnieren Sie. Achtung Reichelt, los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt, kein Wort haben Sie von Bundeskanzler Olaf Scholz häufiger gehört als Respekt. Olaf Scholz ist angetreten als der Respektkanzler für Deutschland. Es gibt kein Interview, keine Rede im Bundestag, in der Olaf Scholz nicht immer wieder den Respekt vor den Bürgern dieses Landes beschwört. Schauen Sie. Mehr Rente und ein höherer Mindestlohn sind eine gute Sache. Denn was dahinter steht, es braucht unbedingt mehr Respekt in unserer Gesellschaft. Mehr Anerkennung und mehr Augenhöhe. Und wenn ich das anfügen darf, es braucht wieder mehr Gelassenheit im Umgang mit anderen Ansichten und Lebensstilen. Respekt heißt, niemand schaut auf andere herab. Es ist unerheblich, ob er oder sie sich selbst für stärker hält, für gebildeter, für reicher oder überlegen. Der Kassierer im Supermarkt, die IT-Expertin, der Paketbote, die Chefärztin und die Gärtnerin. Denn jede und jeder Einzelne wird gebraucht und leistet einen unverzichtbaren Beitrag zu unserem Gemeinwesen. Und sie alle haben Anspruch auf Anerkennung, auf Würde und Respekt, auf anständige Arbeitsbedingungen und eine ordentliche Rente. Das ist mir ganz wichtig. Mit Blick auf die Zukunft fragen manche ja besorgt, was kommt. Meine Antwort ist klar. Wir werden dafür sorgen, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sicher sein können, dass sie, ihre Kinder und Enkel, eine gute Zukunft vor sich haben. Das ist gerade wichtig in einer Welt, die sich rapide verändert. Für Zusammenhalt und Respekt ist die Bundesregierung angetreten. Einmal Respekt, zweimal Respekt, dreimal Respekt, viermal Respekt. In nur einer Minute und 40 Sekunden viermal Respekt. Olaf Scholz hat in seiner politischen Karriere schon so viel vergessen, dass man in Berlin bereits von Scholzheimer spricht. Aber nie vergisst Scholz das Wort Respekt. Respekt zeigt Olaf Scholz vor allem dann, wenn er über Menschen spricht. Dann rühmt er sich und seine Regierung. Weniger Respekt zeigt Olaf Scholz, wenn er mit Menschen spricht. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Ich habe neulich bei einem großen Betrieb mit Auszubildenden gesprochen. Da fragte mich eine 20-Jährige, wie es mit der Rente ist. Nachdem ich mich davon erholt hatte, habe ich eine Antwort gegeben. Wenn ihr Hirn den Verstand in eurem Hirn hättet, weil das so ist, haben wir das hier vorne getan, dass die Rente sehr stärker wird. Menschen verlachen, Menschen verhöhnen, Menschen beschimpfen. Das ist der wahre Olaf Scholz. Anders als wirklich begnadete Politiker kann Olaf Scholz seine Arroganz, seine Hochnäsigkeit, seine herablassene Art kaum verbergen. Er ist, das muss man ihm lassen, vollkommen authentisch. Authentisch, respektlos. So wie hier. Herr Bundeskanzler, die G7 bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind? Ja. Könnte ich. Das war's. Könnte ich. Solchen Umgang findet Olaf Scholz lustig. Natürlich merken Millionen Menschen in diesem Land, dass Olaf Scholz keinen Respekt vor ihnen hat. Er zeigt es seit über anderthalb Jahren durch seine Politik, die das Leben für unzählige Bürger dieses Landes schwerer gemacht hat. Bei Respektkanzler Olaf Scholz sind die Grenzen geöffnet, und die Atomkraftwerke geschlossen. Die Inflation ist auf Rekord hoch, die Investitionen sind auf Rekord tief. Die Leistungsträger wandern aus, die Leistungsempfänger wandern ein. Auf kritische Fragen antwortet Olaf Scholz auf schon geradezu legendäre Weise grundsätzlich nicht. Er glaubt nicht, uns Antworten schuldig zu sein. Wenn er sich mal den Fragen der Bürger stellt, dann sind diese rein zufällig ausgewählten Fragesteller ungefähr so rein zufällig ausgewählt wie in den Straßenumfragen der Tagesschau. Schauen Sie. Es haben sich über 500 bei der Rhein-Zeitung beworben, um heute hier mit dabei sein zu dürfen. Wir haben keine Ahnung, welche Fragen jetzt gleich kommen. Mikrofon kommt zu Ihnen, zu dem Herrn mit dem weinroten Hemd. Hallo Herr Bundeskanzler, mein Name ist Klaus Dietrich. Ich komme aus einem kleinen Städtchen in Rheinland-Pfalz, Meisenheim. Ja, Jutta Mannebach, mein Name. Ich komme aus Koblenz. Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Paul Freit. Ich komme aus Urmets, einmal direkt auf der anderen Rheinseite. Ich würde gerne noch einen jungen Mann zu Wort kommen lassen in dem karierten Hemd. Ja, hallo, mein Name ist Tino Deller. Ich komme aus Kaisers-Esch. Mein Name ist Kim Theisen. Ich bin aus Koblenz. Und mich würde interessieren... Was für ein irrer Zufall, dass da lauter Partei- und Regierungsfreunde von Olaf Scholz ausgelost wurden. Der Mann sollte Lotto spielen. Sollte es wirklich vorher Absprachen geben, wenn ganz normale Bürger dem Bundeskanzler ganz normale Fragen stellen? Ist es in einer Demokratie nicht irgendwie respektlos, sich vorab die genehmen Fragen raussuchen zu lassen? Eigentlich doch kaum vorstellbar. Hier ist Olaf Scholz beim Bürgerdialog in Füssen. Dann gehen wir hier in die Ecke. Da ist der Herr mit dem karierten, rot-blau-karierten... Genau, der zweiten Reihe. Genau, aber noch warten aufs Mikrofon. Stopp, stopp. Ich muss einen Moment warten, bis das Mikrofon... Hier im Allgau ist man sehr überengagiert, ne? Ich hatte das Probevorgespräch mit ihr. Und sie hat mir versprochen, dass ich nochmal reden darf. Das ist der Hintergrund. Aha, das ist der Hintergrund. Das wurde ihm also beim Probevorgespräch versprochen, dass er nochmal reden darf. Klingt schon irgendwie seltsam für eine spontane Frage. Klingt ein bisschen so, als hätte man vorher gewusst, ob die Frage an den Genossen Respektkanzler auch respektvoll genug ist. Olaf Scholz mag die Bürger am liebsten, wenn sie liebevoll gecastet sind. Das Ergebnis, die Bürger mögen Olaf Scholz nicht mehr. Die SPD hat seit der Bundestagswahl rund 30% ihrer Wähler verloren. Sie kommt im aktuellen Deutschland-Trend der ARD nur noch auf 17 statt 26%. Olaf Scholz selbst ist so unbeliebt wie nie zuvor. Nur noch 31% der Menschen sind mit seiner Arbeit zufrieden. Sehr zufrieden mit der Arbeit seiner Bundesregierung ist nur noch, Achtung, 1% der Deutschen. 1%! 78% der Deutschen sind mit der Arbeit der Ampel gar nicht zufrieden oder weniger zufrieden. Respekt, das ist auch immer eine Frage des Einkommens. Gutes Geld für gute Arbeit. Das war schon immer eine vollkommen berechtigte Forderung der Sozialdemokraten. Ein Gefühl des Respekts herrscht in einem Land nicht, weil der Kanzler das Wort Respekt ständig benutzt, sondern weil die Mehrheit das Gefühl hat, das Können, Lebensleistung, Einsatz, harte Arbeit, Schufterei, Ausbildung, Berufserfahrung, ein gutes Studium belohnt werden. Was nicht zum einstigen sozialdemokratischen Verständnis von Respekt passt, ist eine Funktionärselite, die sich in der Partei hochgedient, aber noch nie wirklich gearbeitet hat, die nichts gelernt oder nichts studiert, die noch nie irgendetwas zu Ende gebracht hat und trotzdem zu den höchst bezahlten Menschen dieses Landes gehört. Menschen wie Kevin Kühnert. Der Lebenslauf von Kevin Kühnert besteht aus exakt drei Buchstaben. S.P.D. Ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht glauben, was dieser Mann verdient. Kevin Kühnert ist Generalsekretär der SPD, hat in seinem Leben, abgesehen von ein paar Schichten in einem Callcenter, noch nie gearbeitet. Er hat sich auf einen Studienplatz für Kommunikationswissenschaften eingeklagt und nach wenigen Monaten wieder abgebrochen. Einige Jahre später versuchte er es noch einmal mit Politikwissenschaften an der Fernuni Hagen, aber auch dieses Studium brachte er nicht zu Ende. Kevin Kühnert ist 34 Jahre alt und hat nichts gelernt. Ohne Politik und Partei würde er von Hartz IV leben. Was er als Politiker sagt, ist z.B. BMW sollte verstaatlicht und Wohnungseigentümer sollten enteignet werden. Jeder solle nur den Wohnraum besitzen dürfen, den er selber bewohnt, so Kühnert, der sich selbst als Sozialist bezeichnet. Kühnert weiß nicht, was es für Menschen emotional bedeutet, wenn man ihnen androht, ihnen etwas wegzunehmen, was sie erarbeitet haben, weil er selbst niemals etwas erarbeitet hat. Zum Wohlstand dieses Landes hat Kevin Kühnert exakt Null beigetragen. Kevin Kühnert ist Mitglied der Gewerkschaft Verdi. Gewerkschaftsmitglieder, die noch nie gearbeitet haben, sind die scheinheiligsten Klassenkämpfer. Wie kann man einen Arbeitskampf führen, weil man selber noch nie gearbeitet hat und offenkundig auch nicht arbeiten möchte? Hier ist, was der Respektkanzler Olaf Scholz über den gerechten Lohn der Arbeit sagt. Denn höhere Löhne sind eine Anerkennung der Leistung der Bürgerinnen und Bürger. Höhere Löhne sind eine Anerkennung der Leistung. Das heißt, für Leistung gibt es Geld. Dafür gibt es derzeit 12 Euro Mindestlohn. Dafür würde Kevin Kühnert nicht mal aufstehen. Wir verraten Ihnen nun, was Kevin Kühnert verdient. Wie gesagt, ohne irgendeine Qualifikation, Kompetenz oder Ausbildung, ohne je eine richtige Arbeit nachgegangen zu sein, als Abgeordneter im Bundestag verdient Kevin Kühnert jeden Monat 10.591,70 Euro. Hinzu kommt eine monatliche Aufwandspauschale in Höhe von 4.725,48 Euro, die wunderbarerweise übrigens steuerfrei ist. 4.700 Euro steuerfrei, das allein sind ungefähr 8.000 Euro, die Kühnert brutto verdienen müsste. Vor wenigen Tagen hat die FAZ die Nebeneinkünfte der Abgeordneten ausgewertet und kam bei Kevin Kühnert auf weitere 108.000 Euro im Jahr, vermutlich für seinen Posten als SPD-Generalsekretär. Wir haben also mal den Taschenrechner zur Hand genommen und ausgerechnet, was Kevin Kühnert insgesamt im Jahr verdient. Halten Sie sich fest. 12 mal 10.591,70 Euro sind 127.100,40 Euro. 12 mal 4.725,48 Euro macht noch einmal 56.705,76 Euro, sind zusammen 183.800,806,16 Euro. Dazu kommt nochmal der ordentliche Schluck aus der SPD-Puller, wie Gerhard Schröder gesagt hätte. 183.806,16 Euro plus 108.000 Euro macht 291.806,16 Euro und das macht im Monat 24.317,18 Euro. Also gut und gerne 13.000 Euro nach Steuern und Abgaben. 13.000 Euro nach Steuern und Abgaben. Damit gehört Kevin Kühnert zum reichsten Prozent des Landes. 99 Prozent der Menschen in Deutschland bekommen weniger Gehalt als Kevin Kühnert. Verdienen sie auch weniger als Kevin Kühnert? Nahezu alle Menschen im Land, die jeden Morgen früh aufstehen und sich abschuften? Stellen Sie nicht solche Fragen. Solche Fragen sind rechts, das wissen Sie inzwischen. Um es noch etwas anschaulicher zu machen, in dieser Legislaturperiode verdient der ungelernte Studienabbrecher Kevin Kühnert, zum großen Teil aus Steuergeldern, rund 1,1 Millionen Euro. Ja, 1,1 Millionen Euro. Das ist der Mann, der ihre Wohnungen eignet will, für die sie jahrzehntelang gearbeitet haben, wenn sie selbst nicht drin wohnen. Wer mit Respekt auf dieses Land und seine Menschen liegt, der würde dafür sorgen, dass seine wichtigsten Mitarbeiter ein Vorbild an Leistung und Qualifikation sind. Respekt bedeutet, unser Land in jedem Moment und in jeder Position in die besten Hände zu legen. Wer Respekt vor diesem Land hat, der nennt eine offenkundig unfähige Frau wie Christine Lambrecht nicht eine erstklassige Verteidigungsministerin und der sorgt dafür, dass seine Partei keine Kaste von Schnöselbonzen heranzieht, wie Kevin Krösus Kühnert. Kein Mensch im Land glaubt, dass Kevin Kühnert in dieser Legislaturperiode irgendetwas leistet, was eine Million Euro wert wäre. Der einzige politische Gedanke, den Kevin Kühnert je gehabt hat, lautet wegnehmen und umverteilen. Die Frage ist also, warum er diesen Gedanken nie auf sich selbst angewendet hat, sondern immer nur auf andere Menschen, die schon mal gearbeitet haben. Die Millionen, die Kevin Kühnert verdient, wäre überall besser aufgehoben als bei Kevin Kühnert. Man könnte natürlich sagen, gut, lasst denen doch ihr Geld, solange es für uns alle im Land vorwärts geht. Vorwärts im neuen Deutschland-Tempo, das Olaf Scholz ausgerufen hat. Hier noch einmal zur Erinnerung. Das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo. Deutschland-Tempo. Jetzt kommt Tempo in Deutschland. Das neue Deutschland-Tempo. Natürlich hätte man da misstrauisch werden können bei einer Regierung, die beim Wort Tempo vor allem an Tempolimit denkt. Und den Staatsbetrieb Deutsche Bahn endgültig in den Kollaps getrieben hat. Wer in diesem Land lebt, der weiß, dass hier die Bürokratie das Tempo bestimmt. 51 Milliarden Euro Kosten verursacht die Bürokratie der Wirtschaft jedes Jahr. Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik, sagt zu Bild, Wir erleben eine Diktatur des Kleingedruckten. Blicken wir also auf das wichtigste Thema der Scholz-Regierung. Die Energie, die Energiekrise. Vier bis fünf Windräder wollte Olaf Scholz jeden Tag errichten lassen. Aber wie sieht es in der Realität aus? In der Zeit hat der Vorstandsvorsitzende von E.ON, Leonard Birnbaum, dazu ein hochspannendes Interview gegeben. Er beschreibt das wahre Deutschland-Tempo der Regierung Scholz. Und seine Antworten sind absolut erschütternd. Die Zeit fragte Birnbaum, wie der Stand bei der sogenannten Energiewende ist. Wir brauchen zusätzlich eine Netzverstärkung, antwortete Birnbaum. Es reicht ja nicht, dass wir vom neuen Windrad die Verbindung zum nächsten Leitung schaffen. Diese Leitung muss auch stark genug sein, um den Strom abzutransportieren. Wir kriegen sonst Frequenzschwankungen oder die Leitung wird überlastet. Wenn der Wind weht, müssen wir heute in der Spitze rund 5000 Megawatt aus Schleswig-Holstein abtransportieren, so Birnbaum. Jetzt will Schleswig-Holstein aber in den nächsten Jahren auf 13, 14, 18.000 Megawatt ausbauen, die Windenergie also verdreifachen. Diese Strommengen müssen 2030 in den Süden abtransportiert werden. Für diese Transportleitung dauern die Genehmigungen rund 10 Jahre, ein Jahrzehnt. Und wenn das klappt, ist es sogar noch gut gelaufen. Das sagt der Chef von E.ON. 10 Jahre für eine Stromleitung, von der die Zukunft unseres ganzen Landes, unserer ganzen Industrie, unser ganzer Wohlstand abhängen soll. Das ist das wahre Deutschland-Tempo der Respekt-Regierung Scholz. Aber es kommt noch schlimmer. Die Zeit fragt, 10 Jahre allein für die Genehmigung von Leitung von Norden nach Süden? Der Vorstandsvorsitzende von E.ON antwortet dies. Oh ja, genau. Ich gebe Ihnen ein anderes Bürokratiebeispiel. Wir brauchen sogenannte Planfeststellungen, um unsere Infrastruktur zu bauen. Jetzt haben wir, ich nenne die beteiligten Bundesländer bewusst nicht, mal durchgezählt. Wie viele Planfeststellungen brauchen wir, wenn wir die Klimaziele der Bundesregierung umsetzen wollen? Da kommen wir auf rund 600. 600. Dann haben wir geschaut, wie viele haben die betreffenden Behörden seit 2017 geschafft? Schätzen Sie mal, fragt Herr Birnbaum die Zeit. Die Zeit sagt, puh, unter 100? Und Birnbaum antwortet, ja, kann man so sagen. Es waren nämlich genau null. Die, die wir 2017 eingereicht haben, sind heute noch nicht fertig bearbeitet. Null. Null Genehmigungen, die bisher bei E.ON eingegangen sind. Und wenn man Olaf Scholz zuhört, klingt das irgendwie ganz anders. Herr Bundeskanzler, Sie versprechen, Sie rechnen vor relativ viel, zum Beispiel auch beim Klimaschutz, nämlich Beispiel Windräder. Sie haben gesagt, damit die Energiewende nicht scheitert, wollen Sie vier bis fünf Windräder pro Tag bauen. Derzeit sind es 1,7 pro Tag. Bei der Kollegin Maischberger haben Sie versprochen, den Rückstand bis Ende der Legislatur aufzuholen, mit einem noch schnelleren Pfad, was das Tempo angeht. Experten sagen, das ist völlig illusorisch. Deshalb nochmal, sind die Klimaziele mit dieser Regierung in dieser Legislatur überhaupt einzuhalten? Die Klimaziele sind erreichbar. Schön wäre gewesen, wir wären schon viele, viele Jahre, vielleicht auch ein Jahrzehnt früher angefangen, mit manchen der Entscheidungen, mit manchen der Weichenstellungen, die wir jetzt getroffen haben. Aber wir haben sie jetzt getroffen. Also es ist viel leichter und viel schneller möglich, Windkraftanlagen auf hoher See an Land zu errichten, Solarkraftwerke zu errichten in Deutschland. Und jeden Tag kommen neue Erleichterungen. Wir haben sogar schon Gesetze gemacht, mit denen wir das endgültige Stromnetz für das Jahr 2045 planen. Weiße Pläne. Damit es nicht alles wieder alles sich so lange hinschiebt. Wir haben Gesetze gemacht, damit die jetzt in Planung befindlichen Stromautobahnen schneller genehmigt werden können als in den letzten Jahren. Das beschleunigt die ganze Sache. Das beschleunigt die ganze Sache. Nicht einmal Olaf Scholz größter Fan Tina Hassel kann noch beschönigen, dass es sich beim Deutschlandtempo um nichts anderes als ein Bluff handelt. Völlig illusorisch nennt sie die Pläne des Bundeskanzlers. Zehn Jahre Genehmigungsverfahren für die Leitungen, die unser Land am Laufen halten sollen. Und gleichzeitig schaltet man die Kraftwerke ab, für die es seit Jahrzehnten funktionierende Leitungen gibt. Wer aus dem Ausland auf uns blickt, kann nur zu einem Schluss kommen. Die Deutschen müssen verrückt geworden sein. Der größte Ausdruck von Respekt ist es, das Leben von Millionen Menschen besser zu machen. Olaf Scholz hat vor allem das Leben von Kevin Kühnert besser gemacht. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.